Voriges Jahr wurde der Brauch des Aufpischen und des Almheimfahren in Kitzbühel wieder ins Leben gerufen. Und auch heuer wurde dies wieder praktiziert. Hierbei wurden die aufgeschmückten Kühe durch die Kitzbühel-Innenstadt heimgetrieben. Eine Station für die Reise von Jochberg nach Kitzbühel war beim Waldhof, wo die Alminger mit dem Aufpischen noch einiges zu tun hatten, um danach die wohlverdiente Almingerjausen zu genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ungefähr gleich viel Jungfisch. Und hier kann ich es noch sehen, der Nick, der macht das ganz bärig. Ich bin echt schlimm mit ihm. Ich finde, ich möchte unsere Hälfte auch, ein rechtes Tanschen sagen, für das Hälfte und sogar die Gauertampe. Vielleicht ein paar mehr animieren, die da mitten. Das war echt schön. Wir machen es eigentlich nur für uns, weil wir Freitag mit ihnen und weil es Tradition ist. Ja, ich muss sagen, einfach fährst. Ist auch fährst du aufgestellt. Mit dem Verkehr haben wir durchaus Schwierigkeiten gehabt. Und das eine, ich muss sagen, ist urbinarisch frei, dass es jetzt nicht wieder kommt. Und die Viecher, die die Männer nicht heim bringen, bringe ich nach ihm heim. Wenn das die Rote ist, lege ich das nicht auf und nachher fährst du nicht heim. Schon bald allein das Lorbe bat, da geht nach oben. Und die Ere Gauert und die Ere Gauert und die Ere Gauert und die Ere Gauert Untertitelung des ZDF, 2020